Hi Ho und herzlich Willkommen zurück bei Heaven. Es wird dramatisch, denn es ist dunkel und da ist so ein Skorpionviech, ne? Ja, wir müssen die durchtrennen. Wir haben leider ein großes Problem. Nicht nur, dass wir nicht voll geheilt sind, wir haben auch, wie man sieht, äh... Hunger. Wir haben mega Hunger. Hier können wir nicht campieren, was blöd ist. Wir gucken hier einmal kurz um. Nehmen wir vielleicht noch was mit. Dieser ist schön und reib. Das sind jetzt nicht unbedingt das, was ich unbedingt brauche. Ne Hornisse? Da ist so ein... Die bei Nacht auftritt... Alter, was für... Lebewesen leben hier noch, ey. Die ich noch nie gesehen habe. Ne, tut mir leid, aber wir müssen erstmal jetzt... uns um uns kümmern. Wir könnten auch noch einen weitergehen und gucken, ob wir da vielleicht kapieren können. Ja, wir müssen uns erstmal was zu essen holen. Also, was essen, mampfen. Und vielleicht dann auch gleichzeitig heilen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Wir müssen kurz gucken, welcher noch mal nach oben führt. Also, correr noch mal. Ich denke, leid, das ist mir normal. Angelegen. Ich habe hier wieder aufgelassen. Auf. Auf, auf. Auf. noch sehr fliegt direkt ein weiter geradeaus um zu campieren den nicht wir müssen geradeaus so jetzt wird erstmal campiert voll gefressen und ja noch mal ja hier campieren wir moment da obercreme beeren suppe weil was neues auf jeden fall jetzt essen so Ich lebe gleich ein. Ich wusste es doch. War doch klar. Zehn HP nur? Ich hätte erst heilen sollen. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Oh Gott. Egal. Wie hat sich eigentlich verändert? Die hat ja jetzt den neuen Handschuh. Hat nur Yu den? Oder hat Kay den auch? Sie hat so einen Handschuh an. Aber er hat natürlich auch. Mit der Flutsalbe muss er natürlich. Wie ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin gespannt, was wir hier noch finden Hier finden wir erstmal gar nichts Was müssen wir auch noch beseitigen? Das ist so viel Das sind so dammstarke Viechertale Hier oben ist kein Rosten mehr Und noch da unten Unten ist auch kein Haus Das blöde ist einfach die Hornnüsse Das könnte jetzt ein ernsthaftes Problem werden Die Hornnüsse habe ich eigentlich wirklich gar keine Lust Come on, this is not fair The Omni-Impact might even things out Oh, das sind drei auch noch Die Hornnüsse Das schaffe ich nicht Ich kann jetzt schon sagen Oh, nee Alter, die sind so die lästigen Wir haben auch noch drei davon O участ! Ja! Ja! Das sind drei, die Nachrichten Alter, wie lange? Einen haben wir besiegt. Einen. Oh, was? Jetzt aber. Nur noch eine. Komm an, komm an, komm an, komm an. Wir haben es tatsächlich geschafft, ey. Die kann es gar nicht für möglich halten. Puh, Omni-Schuss, jawohl. Nochmal, nice, Toni-Gum, nice. Oh, Alter, Penedor. 232, wir haben sogar noch relativ viel HP und könnten vielleicht sogar noch den Skorpion herausfordern. Da hinten läuft er. Und dann könnte die Insel sogar befreit sein, oder? Ich will es hoffen. Komm, 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 umarmung. Ein bisschen, weiß ich nicht. Macht was. Ey, heil dich. Heil dich, verdammt. Kann doch nichts werden, ey. Ja, nur noch der Skorpion. Ich will aber jetzt aber mit vollen Kräften kämpfen, also bitte. Ladies and Gentlemen. Ist jetzt Zeit für ein bisschen? Ja. Schön. Oh, Yu muss ich halten, natürlich. Ja, ich fühle mich an, ich fühle mich an. Oh, hier ist es noch nicht. Nein! Ich bin okay. Hey, du wirst die Leife! Die Leife gehen! Ah, ich muss Remmler machen, ne? Don't move! Are you okay? Offset! Boom, baby! Ready when you are! That looks bad! Awesome! Are you alright? Woo! Watch out! On your mark! Go girl! Let's get it over with! Let's get it over with! And done! Insel gets over? Come on! Come on! No! No Insel gets over! 11 No Insel gets over! No Insel gets over! No Insel gets over! No Insel gets over! Insel gets over! There's no good watch! I can't wait! Hmm! I don't have Acapa! Guck, hier ist der falsche Weg. Ich hab da oben Ivo nochmal Ross gesehen. Da. Da ist auch noch eine Kreatur, glaube ich. Aber hier ist auch noch was. Auch ein bisschen hier noch was. Hier irgendwo was übersehen. Und ich muss gucken, wie ich jetzt da oben bin. Da. 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 Ready when you are. All set. You know what to do. I got this. One down. One left. On your mark. Now. Your turn. Yep. You know what to do. I got this. Immer noch nicht sauber, die Insel. Ja, heilewitzgeil, Kapitel. Wo zum Teufel? Ach, wegen dem Ding da oben, oder was? Deswegen kriegen wir die Insel nicht sauber. Wäre aber schon hart. Oh, he's begging for more. Okay, was war das? Wo habe ich da jetzt was? Hä? Okay. Nö, Insel gesäubert. Alles gut. Ja, alles gut. Insel gesäubert. Vielen Dank für's Zuschauen bei Heaven. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss. LEE Ich bin... für den... bei 저�en... Jeter. Jeter.